Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Scharinger. Jetzt lese ich aus dem Kapitel meiner ersten Reise ohne Geld durch Süd- bzw. Südosteuropa aus meiner Autobiografie Die Welt ist freundlich, du darfst vertrauen vor. 15. Mai 2011, Sonntag Nachdem ich mein Zimmer im Studentenwohnheim geräumt hatte, bin ich nach Barkum gelaufen. Das war so gegen 20 Uhr. Zeit zum Schlafen hatte ich nicht. Ein Jahr zuvor kam mir der Einfall, ein Bild mit viel Symbolik und dem Titel der Regenbogen herzustellen. Der Regenbogen ist ein Symbol der Vielfalt, unter anderem für sexuelle Minderheiten. Am 17. Mai 1990 wurde Homosexualität aus dem Krankheitskatalog der Weltgesundheitsorganisation gestrichen. Seitdem ist der 17. Mai der Welttag gegen Homophobie. Für diesen Ehrentag wollte ich mein Bild bei der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf vorstellen. Da zwischen Barkum und Genf gut und gerne 1000 Kilometer liegen, musste ich mich schwuten. 16. Mai 2011, Montag Am späten Vormittag setzte mich ein Autofahrer in Freiburg ab. Er sagte zu mir, ich gebe dir ein Blatt Papier, auf das ich Basel schreibe. Das sieht jeder. Die nächste Mitfahrgelegenheit war meine unangenehmste in meiner ganzen Anhalterkarriere. Eine junge Frau hielt an und meinte, wenn du schon so mutig an der Straßengabelung dastehst, nehme ich dich auch mit. Sie fragte mich, zu welcher Uni ich denn müsse. Ich antwortete zu gar keiner, ich muss nach Basel, wie es auf meinem Blatt Papier steht. Sie meinte dann, dass das nicht zu erkennen sei. Da sie erst wieder auf der Autobahn anhalten konnte, entwickelte sich eine sehr angespannte Unterhaltung. Ich erzählte ihr, dass ich in Genf mein Bild bei der WHO vorstellen wollte, um ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen und dass ich noch für das Fach soziale Arbeit eingeschrieben bin. Dann sie, ich habe mir schon gedacht, dass du ein Sozialer bist. Danach erzählte ich ihr, dass ich gedenke, mein Studium abzubrechen und meine Ideen und Projekte zu verfolgen und dass ich deshalb Probleme mit meiner Familie habe. Danach kam ich kaum noch zu Wort. Sie hielt mir eine Moralpredigt, dass ich schleunigst wieder anfangen soll zu studieren. Nachdem sie das Auto angehalten hatte, öffnete sie schnell ihren Sitzgurt und berührte unsanft meinen linken Oberschenkel mit beiden Händen. Es war wohl eine Geste, dass ich schleunigst verschwinden soll. Abends war ich bei meinen Schweizer Couchsurfern Emma und Noah. 17. Mai 2011 Dienstag Ich war den ganzen Tag bei den Vereinten Nationen in Genf unterwegs. Leider konnte ich mein Bild nicht bei der Weltgesundheitsorganisation vorstellen. 19. Mai 2011 Tagsüber erzählte mir Emma, dass eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens neben ihnen wohnt. Deshalb schrieb ich einen Brief, in dem ich mein Musikprojekt beschrieb und um Unterstützung bat. Aber Noah hatte etwas dagegen. Wir standen während unseres Gesprächs in seinem Arbeitszimmer. Die Situation nahm mich so mit, dass mit der Kreislauf kollabierte und zwar so, dass ich vom Scheitel bis zur Fußsohle am Boden lag. Noah half mir auf. Als ich wieder stand, stürzte ich abermals. Mein Sturz hörte Emma. Sie meinte, ein Regal sei umgefallen. Er trieb mir Noah, liegen zu bleiben und meine Beine hochzulagern. Im weiteren Gespräch erzählte ich, dass ich vorhabe, mein Studium abzubrechen und Zeit für meine Ideen und Projekte zu haben. Beide rieten mir deutlich davon ab. Die Situation nahm mich so mit, dass ich erst morgens einschlief. 20. Mai 2011 Freitag Mittagsfuhr mich Emma zur Autobahnraststätte, von wo ich aus Richtung Freiburg trennte, wo mich mein guter Freund Bruno zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen hatte. Es freute mich natürlich, als mich als erster ein spanisches Pärchen im Auto mitnahm und ich mich mit ihnen auf Spanisch unterhalten konnte. 22. Mai 2011 Sonntag Am frühen Nachmittag machte ich mich auf den Weg, um wieder über die Schweiz zur französischen Mittelmeerküste zu trennten. Ich ging zu Fuß zu einer großen Kreuzung und dort positionierte ich mich, um Autofahrer anzuhalten. Ein Autofahrer wollte zuerst prüfen, ob ich mit dem Rucksack auf dem Beifahrersitzplatz hätte. Er sagte, steig ein! Nacht schlief ich mit Isermatte und Schlafsack auf einer Raststätte auf einer Wiese. 23. Mai 2011 Montag Am ca. 12 Uhr fragte ich William bei der Raststätte vor Genf. Er nahm mich bis alt. Wir kamen um ca. 17 Uhr an. Von dort machte ich mich auf den Weg nach Lessenz-Marie-Stella-Maire. Dort besichtigte ich die Festungskirche, als ich den Raum, in dem die Statue der schwarzen Sarah stand, steht, verließ, war es bereits dunkel. Weil einige Trommler spielten, dachte ich, ein Gewitter zieht auf. Später schlief ich unter einem großen Busch, etwas außerhalb von Lessenz-Marie-Stella-Maire. 24. Mai 2011 Dienstag Als ich von Lessenz-Marie-Stella-Maire weg wollte, traf ich Michael aus Anschoa, Alaska. Ich half ihm, aus seiner Parklücke zu kommen, aus Dankbarkeit nahm er mich in seinem Auto mit. Als ich ihn von meiner Reise ohne Geld erzählte, sagte er zu mir, ich gebe dir das gesamte Geld, was ich dabei habe. Ein paar Cent. Später kam auch noch seine Frau, Mutter, Schwester oder eine andere Verwandte Betty. Sie fingen an zu streiten. In einer Stadt, die weiter von meinem Ziel entfernt lag, als mir Michael versprach, setzten sie mich ab. Sozusagen als Entschädigung gab mir Michael 20 Euro. In Niem ging ich in eine Diskothek, weil ich auf die Toilette musste. Weil die Toilette so klein war, ließ ich mein Gepäck außerhalb der Toilette. In der Toilette hörte ich eine schrille und laute Stimme, die offensichtlich einen Scherzkeks gehörte. Die Stimme erinnerte mich an den Joker von Batman, genauso unsympathisch. Später hörte ich, wie jemand die Hülle für mein Bild öffnete. Ich stürmte aus der Toilette und legte meinen linken Arm auf meine rechte Schulter, so als wenn ich gleich zu einem Rundumschlag ausholen würde. Der Schreihals schritt zum letzten Mal auf, duckte sich. Ich sagte, slowly, zu ihm und er verdrückte sich. Als ich wieder auf die Toilette ging, hörte ich nichts mehr. Da ich vermeiden wollte, dass mir der Typ nachlief, ging ich eine Weile ziellos durchnehmen. Auf einem Parkplatz legte ich mich zum Schlafen. 25. Mai 2011, Mittwoch. Morgens genoss ich noch etwas die schöne Aussicht. Plötzlich versuchte ein Auto in die Parklücke einzuparken, in der ich lag. So hob ich meine Beine an, damit mich die der Autofahrerin im Rückspiegel sehen konnte. Am späten Vormittag machte ich mich zu der Welterbestätte Ponduga, ein römischer Aquädukt, auf. Eine junge Frau nahm mich in ihren Auto mit. Sie fragte mich, ob sie für mich etwas zu trinken kaufen solle. Das nahm ich natürlich gerne an. Am frühen Nachmittag kam ich an Ponduga an. Eine nette Touristin aus Deutschland schenkte mir 20 Euro. Später besuchte ich die Welterbestätte in Aal. An einer Ampel hielt ein LKW-Fahrer und brachte mich nach Orange, wo es auch Welterbestätten der UNESCO gibt. In Orange ging ich in ein kleines Restaurant, ich glaube in ein Kebab-Restaurant. Da traf ich eine Gruppe junger Leute, mit denen ich nach dem Essen noch etwas um die Häuser zog. Zum Schluss brachten sie mich zu einer McDonalds-Filiale, wo ich auf den Rasen schlief und mich morgens die Sprenkleranlage aufweckte. Morgens fragte ich eine Frau, ob sie mir bitte einen Eimer Wasser leihen könnte, damit ich mich an meine Wäsche waschen konnte. Sie gab ihn mir. Ich kam auch mit einigen Touristinnen aus Australien ins Gespräch. Denen erzählte ich natürlich von meinem Zivildienst im Großraum Sydney, um meinen erfolglosen Versuch in Melbourne, mein Bild und Geburtstag von Café Freeman zu präsentieren. In Avignon bat ich einige Passantinnen, mich vor dem Hauptpalast zu fotografieren. Der ist auch eine Welterbestätte der UNESCO. Ab dem späten Vormittag tremmte ich Richtung unserer französischen Partnerstadt Pansumea. Abends war ich gerade in einer Ortschaft, als ein Auto anhielt. Es war ein junges Team für das italienische Fernsehen in Mailand. Eine Frau und zwei Männer. Die waren auch bei der Wallfahrt der Sinti und Roma. Ihnen hat der Abend, den ich verpasst hatte, am besten gefallen. Mit der Musik der Sinti und Roma, da war am meisten geboten. Mit einem Mann habe ich mich ausgiebig über mein Projekt und nachhaltige Entwicklung unterhalten. Später meinte die Frau, dass es eine gute Idee sei. Ich habe daraufhin gefragt, ob sie mich mit ihrem Fernsehen unterstützen könnten. Da wurde sie ganz still. Ich dachte, eine Raststätte zu früh, dass sie mich am besten hier absetzen sollten. Wir waren noch alle auf der Raststätte, als ich erfuhr, dass ich doch noch bis zur nächsten Raststätte mitfahren kann. Sie damme mich noch mit. Bei der richtigen Gaststätte legte ich mich zum Schlafen. 27. Mai 2011 Freitag Morgens machte ich mich auf den Weg Richtung Pansomär. Dabei musste ich viel laufen. Leider war das Büro für die Partnerorganisation der Deutsch-Französischen Gesellschaft Passau nicht besetzt. Aber ich war in der Passauer Straße. Danach machte ich mich auf den Weg Richtung Turin. Bei der Raststätte Oberhall von Monaco kaufte ich mir eine Europakarte, die jedoch wenig Detail erhielt. Und jetzt geht es dann weiter mit dem Italien-Teil. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und Tschüss.